So, ich hoffe auch meine Tastatur ist wie immer nicht Wie soll man denn das schaffen? Das ist ja Also irgendwie gehen, aber Naja, bei dem einen denke ich immer Ich muss nicht springen, weil es wirklich so relativ kurz aussieht Und dann auch noch runter geht, aber das stimmt meist gar nicht So, und nochmal Und hüpf Ach scheiße Nein, ach man Benutzt du jetzt eigentlich mehr die neue Steuerungstaste Zum Springen? Also bei Jump in Wands Benutze ich die eher weniger Außer es ist dann jetzt wirklich mal Das ist doch eher sowas für Survival Games Wo du so durchsprinten musst, oder? Ja Also ich finde das eigentlich relativ praktisch Ja, dass es die Möglichkeit gibt auf jeden Fall Und ich kriege das auch nicht hin hier mit der Ecke Also ich kann es echt nur empfehlen So Survival Games und so echt die zu benutzen Wenn ich das mal spielen würde Na, vielleicht kommt das ja In nächster Zeit Dann kann ich vielleicht mal versuchen besser zu werden In den Spielen Momentchen, Verzeihung, Verzeihung Ja, ich hab's geschafft Scheiße Ich wollte nämlich da oben diesen Block nämlich abschlagen Na gut, es geht aber Wenn du oben so gegen springst runter Und dann darfst du halt Neben keinem anderen Block hängen Also das geht Stell dich mal auf den Block dahinter Und dann versuch das trotzdem nochmal Das klappt In jedem Falle So Und sneaken Und sneaken Aber wenn man in der Luft sneakt Hört man irgendwie auch auf zu springen, ne? Glaub ich Na scheißdreck Ich schaff das nicht Ja, gut Dann setz dich irgendwie rein Oh nee Ähm Ja Ich muss wieder bis zum Anfang laufen, ne? Warte mal Warte mal Warte mal Mach mal einen Checkpoint oder sowas Das wäre fast besser So Okay, alles klar So, hüpf, hüpf Und noch mal hüpf Zur Not hätte ich sogar noch einen Stein Den wir irgendwo setzen könnten Okay Oh, jetzt habe ich noch wieder Falsche Taste gedrückt Mann, oh Mann, oh Mann Und hüpf Oh Mann, oh Mann, ist der gut Oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich finde einfach diese Werbung so bescheuert Ruteartig habe ich auch in den Werbeparodien parodiert Wenn du es gesehen hast Ja, ja, ja Wenn du es gesehen hast Im Multiplayer kannst du hier über die Trittschalter Anderer Spieler abschießen Während sie laufen Der Stein am Ende dieses Ganges verschiebt sich Wenn ein Spieler über die Glasbrücke kommt Ob Was? Was? Rüber Über die Glasbrücke rüberkommt Ob die Ficke Connected Sections auf Off Okay Ja, genau Der erste oder der Einzelspieler darf über den Stein Das habe ich noch nicht ganz verstanden Viel Spaß Okay Der Multiplayer kannst du über Trittschalter Anderer Ach, ist das eine Multiplayer-Challenge? Da mache ich meine Aufnahme ja doch nochmal ganz flott an Ach, lol Ich mache mal ganz kurz Die Aufnahme an den Latt Die sind vielleicht jetzt eingeblendet Hier kann man Einfach rüberlaufen Und Pfeile abschießen Auf den anderen? Ja Oh, komm Lass das mal machen Das ist doch lustig Der erste darf hier drüber springen Okay, gut Das machen wir nicht Ja gut Dann muss jetzt aber eine erstmal da hoch Wie, wie Ach, dann muss ich da reinspringen Oder wie? Nein Einer muss jetzt da drüber Und über Hä? Ähm Moment Ich habe ja noch einen Stein Ein Stein Ja, natürlich So Ich will einmal gucken Wie das denn aussieht hier Ach, hier ist ein riesen Canyon unter Guck mal Ne, du musst über die Glasfläche laufen Und darfst du Ja, ja, genau Spring mal auf die Glasfläche Aber ich sehe dich doch gar nicht hier Hier hängt doch voll was am Weg Na gut, warte Noch nicht, noch nicht, noch nicht Auf drei geht's los Halt, 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 halt Ich muss erstmal zum Anfang Ich dachte, das ist so gut Wieder anfangen Okay Und Ne, ne Ich bin noch nicht am Anfang Ah, ja, ja Ähm, Multiplayer Warte bis alle Spieler Hier sind Trolltime Trolltime Oh, jetzt wird getrollt hier So, Marcel ist da Und Marcel läuft Ich muss erstmal auf den Ästen raufkommen Wieder mal Oh, du sneaks Du musst Nein Oh mein Gott Wo bin ich denn Oh, oh, oh Hier, keinen ordentlichen Spawnpoint Du kannst mit den Steinen Da wieder rein Oh, okay Oh, ich stehe hier schon so Ich werde jetzt erstmal Warte mal Slash Spawn Point Slash Spawnpoint oder so Und dann jetzt los Komm Hüpf Ach, da bist du Da bist du, okay Oh, Trolling 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 Ich hoffe, ich trolle dich richtig Wo bist du Wo bist du Wo bist du Hier Habe ich dich schon runtergeschossen Nein Komm, dann kannst du Pfeile Ja, ja Oh, Mann Ich laufe doch direkt neben dir Hier die ganze Zeit Wow Und hatte ich schon einen Pfeil getroffen Irgendwie Ich sehe nämlich leider gar nichts Das ist ein bisschen ärgerlich Sollte doch aber eigentlich so langsam Ja, ja Es kommen Pfeile Okay Ich laufe hier wie wild über die Druckplatten Aber du hast bestimmt keine Chance Aber irgendwie kommst du doch noch weiter Und Trolling Och, Mann hier Nicht durchlaufen Oh, nein Nein, nein Oh So, wie kann ich jetzt hier rüberspringen Guck mal Das ist gar nicht offen Ja, ich Muss da irgendwie Rüber, oder? Ich kann hier nicht rüber Ich kann Da steht doch Da steht doch ein Schild Ja, siehst du Ah, okay Der Pisten musste sich gar nicht ausfahren Damit ich darüber kann Aber der Kenyan sieht episch aus, ne? Ja, ich frag mich grad nur Woher wir jetzt sollen Ähm Wir waren doch nicht auf der Regenbogenbrücke Also jetzt So, try to swim in Lava Und ich bin hier Ja, du kannst ja mal TP'n Hm, TP Sonnybox 97 Da war der Command So, jetzt bin ich da Okay, dann geh da jetzt mal rüber Ja, so Ach, jetzt willst du nicht trollen Genau Und 3, 2, 1 Ich lauf jetzt einfach mal hier am Rand entlang Einfach weil ich es ja auch schon mal geschafft hatte Ja, aber natürlich So, dann ging es in diese Richtung weiter Das ist ja komisch Haben wir voll falsch gemacht Naja, wir hätten einfach durchlaufen müssen Deswegen Und da ist Marcel jetzt auch wieder angekommen Und Multiplayer Trolltime Hier geht's runter Oh, Eis Mir ist schon gleich kalt geworden hier Und dunkle ist mir auch geworden So, ich mach mal wieder die Aufnahme aus Bump Und Hier geht's tiefer Ist irgendwie auch lustig, ne? Hier so durch Ja, ja Ist aber echt verwirrend Aha Und da unten sind Diamantblöcke Oh Ich hab ne Kiste gefunden Okay, was war da drin? In der Kiste Wieder Diamanten Okay, ich mach mal Sleeping Time hier gerade Timestat 15.000 Und Sleeping Time Ey, es liebt Ja Es liebt So, hier Ich hab irgendwie meine Capes Look Taste aktiviert Guten Morgen So, weiter geht's Hier sieht's nach Lava aus Und jetzt sind wir in dem Canyon Eieiei Jump and Run Wir schaffen schon Ich mach jetzt mal ganz kurz ein Screenshot Das Schamme Weil sonst ist das so ein bisschen bei Adventure Maps Ein bisschen schwieriger So, jetzt bin ich hier durch Guck mal, ich bin wo ich schon bin Hier bin ich jetzt Du hättest mich irgendwie noch sehen können Grad so Äh Oh, hier geht's richtig Na super, ich bin tot Du bist tot? Okay Ja Aber der Spawn Point sollte ja noch auszuhalten sein Dann, ne? So, Momentchen Darüber Wie ist das bei Wast eigentlich mit den Spawn Points Wenn man da stirbt? Äh, man kann sich ein Äh, einen Schlafsack machen Ah, okay Also so ähnlich wie ein Bett eigentlich in Minecraft, ne? Jo Hat ja eh ein paar Parallelen So, was mach ich jetzt? Ich kann grad Nein, 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 nein Ich kann wie du in Lava schwimmen Das heißt, so mein persönliches War dann ne Kiste? Persönliches Interesse? Ne, war keine Kiste Ich glaub, ich spring gerade durch Aber das ist der offensichtliche Weg Nein, nein Aber der offensichtliche Weg war gut Oh man, ich kratz hier die ganze Zeit ab Kannst dich ja brottenflüster, wenn du hast Aber nur gerade so noch So Und dann bist du hier einmal durch Und dann geht's hier gleich weiter mit Jumps Und dann in der Ecke ist Wasser Wenn du falls nur brennst Nö, nö Aber nicht mehr Oh, runtergefallen Da war ich doch schon so weit So Und hüpf Äh Hä? Nein Ah, die Decke Also hier bei dem Einsprung Stört total die Decke Echt? Ja, hat sie mich zumindest Ich bin so ein bisschen schräg rübergesprungen, glaub ich Und Und Ich bin schon ganz schön weit oben Wenn ich jetzt runterfalle, hab ich ein klitzekleines Problem Also sterben wir auch Nein, da oben ist ein Spinnenweb Wir können uns ja noch porten Loll Loll Spinnenweb, oder wie? Ja, ich überlege gerade, wo es langgehen soll Ähm Hier rauf, guck mal, hinter dir Äh, mal hinter dich gucken Hier so M-m Dahin komm ich nicht So, ich bleib mal erstmal hier stehen Dass wir jetzt nicht irgendwie Doch Ja, sag ich doch, geht doch Hat man's schafft, das? War das denn auch richtig? Ich vermute es einfach mal so Bist du doppeltgesprungen, oder was hast du für'n Sprung gemacht? Ja, 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 klar Ja, ich hab's auch geschafft Ich vermute jetzt einfach mal, dass es jetzt weitergehen soll Das ist die Killstation Hier geht's nicht durch Hier ist auch nochmal ein Spinnenweben, guck mal Jo Jo Ah, ja, hier geht's weiter Perfekt Am Ende Ich mach mal ganz kurz Slash Spawn Point Ich bin grad mal sicherer Und hier rum Ich hab's schon geschafft Echt? Oh, das muss ja richtig easy sein Wenn Ist es auch Das sind nur so Ähm, Einer-Sprünge Die man um die Ecke Achso, so um die Ecke, ne? Ja, das ist ja Alles simpel So, geschafft Und jetzt sind wir hier unter der Glasfläche Wo du erst schon rüber gelaufen bist Ja Waren wir die ganze Zeit schon Und ich häng im Spinnennetz Aber ohne Spinnennetz wär ich, glaub ich, tot gewesen Ich mag Spinnennetz Halt einfach So, wo sind wir jetzt? Mitten im Nirgendwo wahrscheinlich Bei dem Regenbogen Multiplayer schießt von dieser Glasbrücke Während ein Spieler über den Regenbogen läuft Troll time Wer ist denn jetzt der erste Troller? Mal, ich nehm mal grad einen Bogen und einen Stack Pfeile So Dann können wir beide trollen Wer will denn zuerst laufen? Ich lauf mal zuerst, ja? Momentchen, ich muss erstmal in Position gehen Okay Ach, da oben wird geschossen Ja Und go Du schaffst das niemals Eieieiei, nein Nein, ich hab nur zwei Leben Alter, wie doll ist der Bogen? Warte, ich muss mir erstmal hier Warte ganz kurz, warte ganz kurz Ich muss mir erstmal hier Slash spawnen Achso, ich hab Spawn schon gemacht Äh, ich sollte ja warten Ich bin wieder am Spawn Momentchen, und go Und go Und diesmal mach ich eine andere Taktik Keine Chance hast du Keine Chance Mann Nein Nicht, 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 nicht Nochmal Ich geh mal ein bisschen weiter nach vorne Ich will dir auch noch eine Chance lassen Gute Idee, die Idee Einfach mal nach vorne zu gehen Ich könnte übrigens jederzeit auf deine Laufdinge Ist da übrigens Ach Nein, du bist so dumm Ich wollte dich da mal untertrollen Hier, umgedrehte Trolltime Das wär mehr kreativ gewesen So Nochmal Das schaff ich diesmal Diesmal komm ich durch Und zwar lauf ich jetzt schon los Ich bin mies, ne So Aber Marcel trollt jetzt direkt von der Seite irgendwie Und durchlaufen Und nein Nein Nein, Marcel Nein Nein Stopp Und da hinter mir schießt er ein Pfeil Bin fast durch Bin fast durch Hier Nein Oh Marcel Stopp 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 Regenbogen Regenbogen Du rettest mich Ich bin gleich rüber Und ich bin rüber Oh Ein Glück Und jetzt nochmal mit dir Ja, ich will auch nochmal Trollen Headshot Geh von hier wieder zurück Und leg die Sachen weg Okay, gut Ich komm zurück Dann geh ich jetzt mal auf den Schießstand hier Und da ist Marcel jetzt mal das Hühnchen Was gleich gerupft wird sozusagen Oder gleich vom Regenbogen geschossen wird Und go Ah Nein One shot Ich kann hier richtig meine Bogenskills mal aufleveln Hoff ich doch Und einmal in die Killstation Das ist blöd, dass das irgendwie so lange dauert Also mit Lava Aber einfach ist das echt nicht hier Ach guck mal Jetzt steht im Chat, dass du mir Ja komm, fang jetzt doch schon an Ey, Mann Voll mies Tja, alles kalt, ne Oh, jetzt hab ich gar keine Chance mehr hier irgendwie zu tun Oh doch, hast du Alter Falter Natürlich fang ich dann nicht Jetzt hast du es schon geschafft, ne Hm Ah, nein Du hast jetzt Oh, na gut Also zum Glück haben wir Inventory-Dings an Äh, hier Heißabkühlung Ja, Mann Jetzt treffen, treffen Du stirbst Du stirbst, Marcel Ja Nein Nein Ja Du hattest angefangen Du hattest ernsthaft den ersten Schuss und hast den sogar noch verkackt Ah, na gut So, heißabkühlung Sehr schön Heiße Abkühlung Ich bin begeistert Abkühlung Wo ist denn die Abkühlung Ach Mist, wir hätten hier durch Ja, toll Ja gut, ich glaub, der war in Minecraft Ich booste dich ein bisschen vor Nochmal boosten Ne, ne So, und jetzt hier durch Oh, Mann Hier müssen wir jedes Mal Ich hoffe, das schaffen wir jetzt mit der Lava Nochmal durchlaufen Will ich hier nämlich nicht Ich glaub, ich werde da jetzt erstmal gleich meinen Spawnpoint setzen Und zwar genau hier Also Trolltime finde ich ganz nett So, und dahinter stehen schon ganz viele Bäume auf dem Kopf Hier, da geht's noch richtig weiter Ah, okay Also wir schaffen das nicht in einer halben Stunde So, wie es gesagt war Ne, ne Weil's ja alles egal Nochmal Diamanten safen Brauchen wir nicht Ne Ich lass dich erstmal Das ist halt doch Du darfst plötzlich hier raus Ja, weil einfach und schlicht Hier Jetzt setzt mich ins Minecraft rein Mach mal bitte Nacht Schnell Ja, ist Nacht Danke Vielen Dank Was? War ein zweitiges Buge 3010? Was hat denn die Nacht jetzt? Ah, vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Komm durch und leg dich ins Bett Durch, da ist Minecraft Ich mach, ah, ich bin in Minecraft Und dann ins Bett Ich bin im Bett Ich bin wieder raus Ich bin wieder raus Warum geh ich andauernd aus dem Bett raus? Nein, nicht sterben Ah, ein Glück Jetzt bin ich durch Dann geht's weiter jetzt in den Birkenbaum Und ach du Scheiße Ach du Wir sind hier in der Baumschule Ja Auch bekannt als Waldorfschule So Oh Gott, die Sprünge sind so Mies Scheiße Nochmal Also Soulsend ist wirklich Einen der gemeinsten Ja, das wird Das wird was Oh, man kommt wieder rauf Ist ja lame Jetzt ist es auch noch so stockfinster Hier und hier geht's ganz tief runter und sneaken Haha Und next toy Okay Also hier Super Wieder runtergefallen Ja So, ich bin eigentlich gerade relativ weit Aber guck mal, Marcel, reicht das hier? Guck mal, wie weit das ist Morgen Ja, geil Oh, ein Cheater Was hat denn das mit Cheaten zu tun? Ich nutze die Map zu meinen Vorteilen aus Ja, super Und finde gleich wieder einen Schwamm Ich könnte, wenn das schreiben, bestimmt auch wieder einige rein Öh, ihr spielt die Map ja gar nicht ordentlich Das ist so wie die VioMap Naja, das Problem ist, die Map ist halt Hat ihre Schwachpunkte Und ich finde diese Schwachpunkte halt sehr gerne heraus Ja So spielen wir halt jede Map, die wir spielen Ganz genau Oh, was? Was steht hier? Das freut mich auch gerade Ach, LP Joe Der Map-Ersteller LP Joe, das ist der Map-Ersteller Hallo, LP Joe Wie soll man jetzt da rauskommen? Hier, Glas, guck mal Ja, ja Hier ist doch Glas Ja, aber Da fehlt ein Blöckchen Über den Diablo Oh, guck mal, hier ist ein Pressureplate Was bringt die? Hat die irgendwas gemacht? Guck mal hier Haha, hier fährt sich was weg Aus dem Schriftzug Siehst du das? Ah, okay, gut, dann Und dahinter ist noch eine Pressureplate Ach, man läuft Ja Springt zu und geht durch und ist da Äh, wenn man nicht runtergefallen wäre So wie ich Ja, hat geklappt Okay, ich warte mal ganz kurz Dass du Ach, guck mal Oh, der war ja Der war dann nur für sehr kurze Zeit Oh, wurde ich wieder weggeküßtet hier Oh, nur für kurz Das ist ein Markenangebot hier Oh, in England war die Sachen Für ganz schön teuer, die meisten Bis auf Brötchen Da hat man zwölf Brötchen Für einen so einen Pfund Ding da bekommen Hä, und wie ist da eigentlich Noch mit die Umrechnung? Äh, 1,20 1,1 Euro 1, nein 1,20 Euro sind ein Pfund Okay, ja Ungefähr So, das ändert sich natürlich Aber Ja, aber Kann man ja immer so grob sagen Ja, so, ich porte mich jetzt So ein einfaches Champin-Wand Ja, Mensch Diese Diablog Hab mich Verrückt gemacht Danke fürs Zocken Oh, wir haben es geschafft Yay Mit 15 Minuten mehr Ey, das geht eigentlich Danke fürs Zocken Ich hoffe, dass es euch Momentchen Ich hoffe, dass es euch Bisher gefallen hat Okay, gut Ich hab dir den Gemma bitte aus der Sicht raus Danke Ähm Ist dies der Fall So werde ich eine Map Weiter erstellen Jetzt folgt nur noch Äh, eine letzte Quest Okay, hab's noch nicht ganz Oh, es gibt noch eine kleine Zugabe Das ist ja cool Und auf jeden Fall Gerne noch eine Map bauen Hier Äh, der Score Ist nicht angekommen Ja, geil Also gut, dass wir Wir haben ja eh alles im Inventar Wo ist denn jetzt die letzte Quest? Hier sind Dispenser hinter Warte, hier ist sogar noch Da steht geschafft Ah Ah Oh Lalalala Ach, hier gibt's Kekse Das ist ja eine Challenge Und Eier gibt's ja auch Ja Oh 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 Ganz viele XP Und Ganz viele XP Yay Momentchen Haben wir alles in die Luft gejagt Und ich weiß gar nicht, wie viele Dias wir haben sollten Weil jetzt sind hier manche Dias Auch noch aus den Diererzen rausgekommen Momentchen, flashe das ja hier auf der Seite Nö Da lässt sich noch was lesen? Nö Irgendwo Also auf der Internetseite, ja Achso, okay Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen Die Map hat mir sehr, sehr gut gefallen Mir auch Also sie hätte natürlich noch schöner gebaut sein können Als alles so in die Landschaft Aber trotzdem Ich finde, das muss nicht sein Also Manchmal war es ein bisschen unübersichtlich Zum Beispiel Ich sehe hier gerade dieses Ecken-Test-Dings Das war irgendwie so ein bisschen Naja Ja, nicht ganz verstanden, was wir da machen sollten Aber gut Also ich fand es echt lustig Dass es viele Troll-Action-Zeugs gab Gut, diese Baum-Aufgabe Mit dem Ähm Setzen der Bäume Die war irgendwie auch Da war ein bisschen komisch, ne? Aber sonst Eigentlich Im Großen und Ganzen hat mir die Map sehr, sehr gut gefallen Ihr könnt es euch natürlich auch nochmal downloaden In der Videobeschreibung ist der Link Und Und natürlich auch einen Link zu Ähm Ich weiß jetzt nur noch Joe Ach, Schieter Äh, also dem YouTube-Namen Der ist ersteller Ja, gut Ja, es ist auf der Seite verlinkt Deswegen Ja Ja, okay Gut Dann bedanken wir uns, dass ihr mit dabei wart Wahrscheinlich in diesen drei Parts Der Adventure, ne? Wird es drei Parts ausmachen? Okay, drei Parts Na, wenn es 45 Minuten dauerte Drei Parts Dann mute ich einfach ab Ja, okay, gut Dann verabschieden wir uns Äh, bis dann Tschüss Genau, bis dann Tschö Mit Ö Hahaha Komm im Mod Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.